Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem Kanal. Heute reagieren wir nach langer Zeit mal wieder auf mein Brü, auf mein Schutzgeldkomparsen, Celtics. Er hat ein neues Video hochgeladen, ich kaufe alle Scam-Werbungen. Ich bin einer, ich fall oft auf sowas rein, kaufe dann auch Sachen, die nix bringen. Ich bin auch so einer, ich habe diese Schuhsohlen gekauft, um es mal ein bisschen größer wird. Hat nichts gebracht. Egal, wollen wir mal gucken, was es für Scam-Werbungen gibt. Wir gehen rein. Egal ob Webseiten, Apps oder Sportmannschaften, gefühlt alles finanziert sich heutzutage über Werbung. Sie sind überall und jede einzelne Werbung will unsere Aufmerksamkeit und schlussendlich unser Geld. Gerade im Internet wird allerdings nicht immer nach den Regeln gespielt. Was passiert also, wenn man sich auch den Werbungen hingibt, die einem eigentlich ein ungutes Gefühl von Abzucke vermitteln? Gar nichts, Junge, was soll passieren? Chat, ich habe so Tabletten gekauft. Ich habe so Tabletten gekauft, die sollen für Dings gut sein, damit du nicht mehr so viel schwitzt. Weil ich bin ein Mensch, ich schwitze viel, wirklich. Egal was ist, Blut, Hochdruck, Kick rein, dann schwitze ich auch schon. Ich sitze, ich schwitze, ich kacke, ich schwitze, egal was ist. So Tabletten, die so gut verschwitzen, das Einzige, was ich wegen diesen Tabletten musste, war es, auf Toilette zu gehen und richtig fett zu kacken. Das Einzige, wirklich, mehr hat es nicht gebracht. Ich habe nur geschissen davon. Und da habe ich auch geschwitzt. Ja, ich bin so einer, ich falle oft auf diese Scam-Werbung leider rein, ja, und da verliere ich Geld halt. Tabletten haben 50 Euro gekostet an der Stelle. Damit ihr es nicht machen müsst, ich habe den Selbsttest gemacht. Let's go. Aber das kennt man doch. Warnt mit einem lauten Piepsen vor jedem mobilen und festen Blitzer. Das kenne ich, das soll sogar verboten sein. Ich glaube, die Polizei sagt dann auch, dass das verboten ist. Das Teil bringt echt was. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Das verbindest du mit einer App und so was. Aber ich bin auch hier, lieber Blitzer als das, oder? Was sagt ihr? Silvia schreibt, es ist ein wirklicher Helfer. Auf einem Fahrtweg von ca. 25 Minuten gibt es schon ca. 5 Blitzer. Ohno macht mich aufmerksamer. Memma 007 schreibt, der letzte Dreck. Wenn ich könnte, würde ich die Firma verklagen. Ich bin in den letzten drei Wochen zweimal geblitzt worden und das bei festen Blitzern, weil das Ding keine Warnung mehr ausspuckt. Meine Damen und Herren, hier haben wir das schöne Teil. Jetzt denken sich die einen oder anderen, dass... Davon gibt es sogar eine neue Version. Ohno 2.0 oder wie das heißt. Aber das Ding ist, natürlich kann das Teil nicht immer was bringen, weil ich glaube, die Community bringt doch etwas, oder? Wenn jetzt einer, wenn ich jetzt fahre zum Beispiel und bei mir auf der Straße ist ein Blitzer, dann drücke ich doch da drauf, damit das so gesehen gespeichert wird. Aber wenn keiner an solchen Straßen vorbeifährt, kann ja nicht jeder Blitzer erkannt werden. Das ist doch safe illegal, genauso wie die Blitzer-App. Ja, viele sagen zwar Grauzone und es ist erlaubt, weil es auch irgendwie Gefahren anzeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man angeheizt... Wurde trotz App dreimal geblitzt, ja, dann fahr mal langsamer, Junge, Raser! Und dieses Teil sieht, dass man 75 Euro Bußgeld zahlen muss und einen Punkt in Facebook bekommt. Ich teste, oh no, oh no, wir wurden geblitzt. Versteht ihr? Natürlich nicht selbst, sondern ein guter Freund von mir. Ich würde sowas Illegales natürlich nie machen. Zack, sieht eigentlich aus wie ein AirTag. Hier sind Klebestripes und ich könnte den Lachs jetzt irgendwo hier befestigen. Könnten. Ich mach's natürlich nicht. In der Bedienungsanleitung steht quasi nur, dass man die App herunterladen soll und dann soll das Ganze schon funktionieren. Mein Kollege testet das jetzt mal für euch. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Und wenn Polizei kommt, macht er direkt aus? Ah, okay. Ihr habt's gesehen, mein Kollege hat es getestet. Die Blitzer wurden alle erkannt. Gefahren jetzt nicht, aber man kann jetzt nicht auf Krampf irgendwelche Unfälle suchen. Ich hab ihn natürlich gefragt, ob er das Ganze weiterempfehlen würde. Pluspunkte sind auf jeden Fall, dass es einfach zu bedienen ist. Einfach kurz die App runtergeladen und schon ging's los. Dann muss man jetzt im Gegensatz zu der Blitzer-App extra die App anmachen, sondern man muss einfach nur das Handy dabei haben und Bluetooth anlassen. Ich persönlich, wenn ich sowas benutzen würde, ich benutze es natürlich nicht, ist illegal. Würde trotzdem zu einer Blitzer-App tendieren, einfach weil das günstiger ist als dieses Ding. Trotzdem muss man auf jeden Fall sagen, das Ding funktioniert. Gefahren werden anscheinend auch gemeldet. Warum ist das illegal? Ja, weil du ja so gesehen auf Blitzer aufmerksam machst. Du fährst überall schnell und wenn das Ding blinkt, fährst du ja langsam. Das ist ja nicht der Sinn von einem Blitzer. Das ist auch nochmal ein Pluspunkt. Es hält auf jeden Fall das ein, was es verspricht. Boah, ich merk gerade, meine Zähne werden immer gelber. There's a reason why you don't think this works. When something works this well, I don't blame you. The truth is, we've tested this serum extensively in our lab. Ich weiß noch, damals meine allererste Kooperation war mit Smile Secret, bevor die voll die Hate-Welle kassiert haben, weil die die Leute abgezogen haben. Das war meine allererste Kooperation über Snapchat damals. Weiß ich noch. Habe so ein Paket bekommen. Voll komisch, habe ich mir so ein Leuchttel im Mund reingesteckt, was bei Dings, was am Ende dabei rausgekommen ist, war einfach nur noch Hate für jeden, der es gemacht hat. Habe ich aber Glück gehabt. Aber das hier, habe ich vor kurzem noch eine Anfrage bekommen. Zwar nicht von der Firma, sondern von der anderen. Räger kurz, so knapp, putzen einfach eure Zähne. Braucht nicht weniger Kaffee-Ferches. Ursula schreibt, toll, das Produkt ist wirklich toll, aber für mich zu teuer. Hä? Warum dann 5 Sterne? Jovo schreibt, bringt nichts, Abzocke. Null Aufhellung der Zähne, nicht mal um eine Nuance. Bringt genau absolut nichts. Dieses Produkt hier verspricht, dass man direkt hellere Zähne bekommt, nachdem man es aufträgt. Hört sich an wie ein Traum. Aber wie soll das Ganze überhaupt funktionieren? Der V-34 Color Corrector nutzt die Technologie der Farbkorrektur. Violett liegt auf dem Farbkreis direkt gegenüber von Gelb und ist daher dessen Komplementärfarbe. Daher wird ein wasserlöslicher Violett... Hör, was geht jetzt ab? ...farbstoff auf die Zähne aufgetragen, um gelbe Untertöne auszugleichen. Okay, zwei Brummstöße auf eine weiche Zahnbürste. Und jetzt soll ich zwei Minuten sanft putzen. Okay, ich putze jetzt nur auf der rechten Seite, ohne den Unterschied zu sehen. Ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich nicht... Bin ich behindert oder wird es ehrlich heller? Oder ist es einfach, weil er seine Zähne geputzt hat und das vorher nicht gemacht hat? Ja, normal, Junge, hier hat seine Zähne nicht geputzt. Hier ist sogar noch Abukaries. Minimal, ja, ich glaube, einmal, weil es sauber geworden ist, oder? Weiß ich nicht, sieht schon heller aus. Achso, ich sehe es gar nicht. Sieht schon heller aus. Liegt am Licht, ja. Ist doch dasselbe Licht. Keine Ahnung, also, weiß ich nicht. 1 zu 1 Vergleich habe, aber ihr seht es gerade. Ich sehe nicht so viel Unterschied. Eigentlich gar keinen. Das Ding ist halt auch noch, das soll gar nicht langfristig irgendwas bewirken, sondern einfach ein paar Stunden halten und dann muss man halt wieder neu machen. Sehe ich halt irgendwie nicht den Sinn dahinter. Vor allem, wenn man halt auch kaum einen Unterschied sieht. Putzt einfach eure scheiß Zähne, Mann. Finde ich aber echt krass, ne? Es werben so viele Leute dafür. Also, extrem viele Influencer werben dafür. Und ihr seht es ja auch auf TikTok, wie krass diese Unterschiede da zu sehen sind und so. Also, fallt da nicht drauf rein. Das ist ein absolut, meiner Meinung nach, heftiges Scam-Produkt. Ich habe natürlich auch Rezensionen gelesen und ungelogen. 95% behaupten genau das Gleiche, bringt gar nichts. Ja, haben es auch für mehrere Wochen getestet und so. Naja. Rain is the way to sleep quicker. Boah, ich liebe sowas. Boah, ey. Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie, ob sowas was bringt, bitte schickt mir den Link. Bitte schickt mir den Link. Ey, ich bin verrückt danach. Ach, ich oute mich sogar. Ich bin verrückt danach, mit Regengeräuschen einzuschlafen. Ich liebe es. Boah, wisst ihr, wie geil es ist, wenn es regnet hier, so Dachboden, so Fenster und so, wenn so Regen so plätschert. Oh, ist das cool. Boah, Palaboto, Bruder, das ist so cool. Boah. Boah, Bruder. Müssen wir mal vorstellen, wie ich so im Bett liege, ich. Und dann schlafe ich da so und dann höre ich so Regengeräusche. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe auch eine Zeit lang, hört sich jetzt voll komisch an. Letztens noch Sarah's Secret dafür voll gefrontet, aber ich nehme ja keine Perlen. Hier, guck mal, es geht direkt an Baller, ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts gedrückt, ihr habt es gesehen, warte, ich mache das Bildschirm dunkler. Tiefen entspannt. Bruder, solche Sachen gebe ich mir beim Schlafen auch einfach. Es gibt anscheinend so eine Frequenz, wo dein Körper so ein bisschen so runterkommt. Oder mach ich an, schlafe ich wie ein Baby, sag ich ehrlich. Ich schlafe ich wie ein Baby morgen. Okay, sehr nice. Jessica schreibt, Rain sound isn't very loud, but is calming, and the diffusion doesn't produce much vapor. Dieser Wolkenluftbefeuchter ist übelst im Trend. Richtig klassisches Dropshipping-Produkt, ist auf jeden Fall China-Ware. So, warum ist es denn überhaupt so im Trend? Einfach, weil jeder Regen-Sounds mag. Auch für mich ist das auf jeden Fall sehr entspannt, wenn man so einschlafen möchte. So ein bisschen Regen-Sounds. So, viel ist hier nicht drin, nur ein Kabel. Und das Ding hier. Und eine Fernbedienung. Einfach Koran an und dann Beste. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Auch während ich meine YouTube-Videos damals geschnitten habe. Ja, meine YouTube-Videos waren jetzt auch nicht die besten, so mit Bleidien und sowas. Aber während ich es so geschnitten habe, habe ich so zur Beruhigung, die Mittagung Koran laufen lassen. Das Ding ist, ist sehr schön, würde ich gerne machen. Aber ich finde irgendwie den Gedanken ein bisschen komisch, wenn ich nachts schlafe. Und jetzt hört sich das voll komisch an, aber ich denke, ihr versteht das. Schau mal vor, ich furze nachts. Es ist wirklich ernst gemeint. Und da nebenbei läuft Koran. Ich fühle mich dann irgendwie nicht so wohl, weißt du? Ich hoffe, ihr checkt das. Das ist nichts, worüber ich mich gerade lustig machen will. Sondern ich meine es ernst. Ich weiß nicht, was ich nachts mache. Schau mal vor, es läuft Koran neben mir. Ich schlafe dazu ein. Ich packe mir einen Jaro oder so. Oder ich furze. Ernst gemeint jetzt. Irgendwie finde ich den Gedanken ein bisschen komisch dabei. Denk nicht so. Ja, Bruder, ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde es ein bisschen, du weißt schon. Ist ja nicht bewusst. Ja, ist ja auch so, aber weiß ich nicht. Ist keine Absicht. Ja, das stimmt aber eigentlich auch. Die Batterien natürlich fehlen. Ach, Mist, ey. Dann gibt es hier so eine Grenze, wo wir reinfüllen dürfen. Reicht. Okay, Farbe geht schon mal an. Okay, ich bin gespannt, wie das Teil jetzt ist. Kann sein, dieses Teil wird gleich live bestellt hier. Oha, es funktioniert auf jeden Fall, wie ihr hören könnt. Hier, wir machen mal kurz hier ASMR. Bruder, das hört sich an, als ob jemand eine Tasse pisst. Weg pinkeln gehen, ey. Bruder, das hört sich an, als ob jemand eine Tasse pisst. Was ist das denn? Funktioniert hier auch, wie ihr sehen könnt. Also an sich funktioniert alles. Alles, was es verspricht. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass der Motor vielleicht zu lauter ist, lauter als der Regen, aber man hört wirklich nur... Es ist, als ob ich neben Toilette schlafe. Ich war gerade voll gehypt, das Ding zu bestellen, Junge. Was ist das denn? Den Regen. Man kann auch hier einstellen, wie viele Tropfen rauskommen. Schnell oder langsam. Also an sich ist... Oh, ich stehe morgens auf, ich habe mir in den Hosen gepisst. Wenn ich morgens aufstehe, ich habe einfach so gepisst. Bei dem Sound safe. Dieser Regenluftbefeucht, ich habe gar nicht mal so kacke. Nur, es hört sich nicht wirklich wie Regen an, sondern einfach wie Pisse. Oder wie so ein typischer Trinkgrund für Katzen. Wenn ich dieses Pilzding... Sieht auch voll pervers aus, das Teil. Einfach so, ja, du... Halt wirklich aus wie so ein Pilz, das soll eine Wolke sein. Wenn ich das so in der Kamera... Guck mal, in Pink sieht das voll pervers aus. Chat, ach du mal. Rosa, rote Pantayaro. Hä? Ich finde das auch ganz cool als Dekoration oder als Beleuchtung, oder? Finde ich nicht? Deswegen... Äh, Chat, äh... Äh, anstrengendes Stream. Jetzt ein bisschen schlafen. Hört sich eins, zwei, zu an! Hey, bevor es weitergeht, lass gerne ein Abo da. Denn so wie du hier gerade siehst, haben so und so viele Leute nicht den Kanal abonniert. Ich verstehe es nicht. Du guckst die Videos, aber abonnierst nicht? Lass gerne ein Abo da und lass uns endlich die 100k knacken! Chat, sag, was Sache ist! Los, sei endlich cool! Ein ganz okay Produkt eigentlich. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe weniger erwartet, bin ich ehrlich. Ah, und wenn wir schon beim Thema Beleuchtung sind, in meinem Homeoffice hier, hat immer gescheite Beleuchtung gefehlt. To wie? Und deswegen hat Xiaomi mir netterweise... Xiaomi? Ramensein, Gluten- und Palmöl-frei, stattdessen mit viel Eiweiß- und Ballaststoffen. Chat, kennt ihr diese pinken Bulldog-Rahmen? Carbonara-Style. Sagt mal, wie lecker aber diese richtige Chemie-Bombe. Diese mit Magenkrämpfen auf Toilette hinwegkacken, aber trotzdem schmeckt gut. Aromatik-Sexomaniac. Die schmecken Müll? Raus. Boah, da habe ich lange nicht mehr gemacht. Raus. Boah, die schmecken super ab Blut. Schatz, was hast du gekocht? Chili-Bang! Jürgen schreibt, ja, Thailand, aber... Jürgen-Würgen. Es war mit drei Chilis nicht scharf. Habe eine Chilimühle mit Chilistärke 9... Hä? Das war mit Abstand das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Einfach unbeleissbar. Kann und werde ich niemals empfehlen. Ich freue mich sehr auf diesen Test. Ich habe sehr oft die Werbung gesehen und habe mir sogar schon privat gedacht, dass ich die mal bestellen sollte, weil die echt eigentlich kürzlich aussehen. Vegane Ramen gibt es noch nicht so oft. Branding und Packaging feiere ich auch, ist alles sehr bunt hier. Diese sechs Boxen kosten 30 Euro, das heißt pro Portion 5 Euro. Ja, okay, dann lass. Rahmen schon relativ viel. Wenn man mal vergleicht, die YumYum Mama Nudeln kosten alle unter 1 Euro. Wie funktioniert der ganze Spaß? Ist quasi wie so ein 5-Minuten-Terrine, ne? Deckel aufkochen, das Wasser bis zur Linie, 400-500 Milliliter rein. Umrühren, decken wir wieder drauf. Das hier sind tatsächlich nicht alles Ramen, sondern wir haben hier zwei Imposter, nämlich Mac & Cheese. Die wollte ich auch unbedingt mal probieren. Boah, ey, wie ich bei sowas, ich sage euch ehrlich, sieht man mir aber auch an, bei sowas bin ich der CEO davon. Ich habe mir diese Teile so oft reingepfiffen, auch beim Sport, äh, beim Sport sag ich, auch beim Zocken damals. Eine schöne, gute, alte 5-Minuten-Terrine ist was Feines, Chat. Eine 5-Minuten-Terrine ist was Nices und ich zeige euch auch meinen Liebling von damals. Hier. Waldpilzrahm. Habe ich gefeiert, mag ich, liebe ich, esse ich gerne. Eine 5-Minuten-Terrine ist was Leckeres, ist was Feines, kostet nichts, machst du in 5 Minuten Felsch und dann haust du dir das Ding in den Kopf und du hast nichts, nichts zu beschweren. Das ist geil. Hier, ich wusste gar nicht, dass sie eine XL-Variante haben, sehr nice. Boah, ich weiß noch, zu meinem Black Ops zwei Zeiten. Du hattest keinen Bock, irgendwie Essen in Küche zu machen oder zu warten, wenn Mama gekocht hat, so weil man ein kleiner Chujuk war. In 5 Minuten, du hattest was zu essen, hast weiter Zombies gespielt. Auf vegan machen wir schon mal alles ready. Schaut mal hier. Nom nom now. Echt cool, die haben coole Designer. Es riecht richtig nach Curry. Chickless Ramen, was ist hier drin? Veganes Vollkorn, Reisnudelgericht, asiatische Art mit Kokos, Koreaner und Kurkuma. Ah, okay. Das ist quasi der Inhalt und halt noch sehr viel von dem Curry. Jetzt heißt es nur umrühren ein bisschen. Deckel drauf. Das ist aber auch eine Monsterportion. Bam. Und jetzt warten wir 5 Minuten. 5 Minuten sind um. Schön heiß. Wow, ich freue mich. Fangen wir an mit dem Chickless Ramen. So sieht der ganze Spaß aus. Schön heiß. Erstmal die Brühe. Die Suppe ist auf jeden Fall relativ wässrig leider. Da ist schon sehr viel Inhalt drin, muss man sagen. Die Nudeln sind auf jeden Fall schon so mäßig vorgeschnitten, dass man immer so einen guten Byte nehmen kann. Boah, das mag ich nicht, ja? Das mag ich auch nicht, wenn man es macht. Das ist aber auch eine Beleidigung gegenüber Italienern an der Stelle. Hat zwar nichts mit Ramen zu tun, aber gegen Italienern. Bruder, man bricht keine Nudeln. Lass das Teil ganz, man. Schmeiß den Wasser, fertig ist. Die müssen lang sein. Warum schneidest du Nudeln? Wenn du Spaghetti holst und du knickst die nicht mit, dann hol doch gleich einfach Pasta. Oder direkt kurze Nudeln. Warum knickst du die so? Bruder, bei Ramen dasselbe. Du musst die hochziehen. Wenn du Ramen essen gehst, du musst richtig wie ein Schwein. Du musst den aktivieren. Ich war einmal in Düsseldorf Ramen essen. Bruder, das hört sich an wie ein ASMR Video auf YouTube. Jeder, keiner redet, jeder macht. Das war's. So muss das Teil runtergehen. Leider schmeckt das Ganze ein bisschen westrig. Also der Geschmack ist jetzt nicht so intensiv. Man schmeckt diesen typischen Curry-Geschmack. Leider ist das ein bisschen wenig gewürzt alles. Machen wir mal weiter mit den scharfen Nudeln. Da war drin Sesam, Knoblauch und Chili. Okay. Die schmecken auf jeden Fall besser, da ist mehr Geschmack drin. Chili ist sehr intensiv, ne? Tomate, Salz, Sesamöl, Paprika. Der Schmack ist intensiver. Ich habe hier auch so ein bisschen weniger Wasser drin gemacht. Dadurch haften die Gewürze ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall besser. Ich glaube, alle Schärfe-Fans würden das feuern. Tom, Dom, Jummi-Ramen. Ich glaube, der Kokos-Geschmack gefällt mir nicht so. Und es war auch... Oh, kütisch Kokos-Geschmack, Alter. Auch, glaube ich, beim Chicken auch so, ne? Also beim Chickless. Da war auch Kokos drin. Ich feiere das auf jeden Fall am meisten. Ich feiere das auf jeden Fall am meisten. Ich feiere das auf jeden Fall an Kokos drin. Ich feiere das auf jeden Fall an Kokos drin. Ich feiere das auf jeden Fall an Kokos drin. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Ich bin wirklich hierher, T-Shirt'e ne de gelecek. Her yerine ne gelecek. Sosu patlatacaksın, her yere. Nämlich Mac & Cheese in vegan. Makaronis sind hier drin. Chichurri-Wurzel. Das ist ein guter Sound. Ja, das ist ein guter Sound. Seltex? Leider, leider wässrig. Der Käse haftet nicht so gut an den Makaronis. Das heißt, es gibt viele Stellen, die nicht so belegt sind. Bei den meisten Bissen erwischt man zwar schon dieses Cheese-Ding, aber leider, leider, leider ist der Nachgang vor allem echt wässrig. Da drüben haben wir noch Mac & Cheese Jalapenos, aber ich mag eh keine Jalapenos und es ist dann quasi das Gleiche. Das ist schon aber noch geiler, ja? Das hier ist der Winner. All in all muss ich aber sagen, ich tendiere zu 100% eher zu den klassischen Yum-Yum-Nudeln. Die schmecken sehr authentisch. Ich bin Asiate und so. Da schmeckt man schon raus, dass das hier nicht so authentisch asiatische Küche ist. Tut mir leid. Also für mich leider ein baddie Produkt. Oh, schade. Boah, das ist doch denn, Junge. Oha, dann? Ivan, könntest du sowas essen bei deiner Diät? Ja, von Kalorien her bestimmt. Ich glaube, so viele Kalorien hat es gar nicht, aber lieber nicht. Ich esse lieber das, was mir Nährwerte und so gibt aktuell. Also zum Glück achte ich gerade wieder auf Ernährung. Das tut gut. Das tut gut. Jetzt gestern, okay, gestern habe ich Kacke gegessen, ja? Aber sonst, Bruder, es gibt nichts Besseres als eine cleane Ernährung. Und du kannst auch viel mehr essen, so. Wenn du 2000 Kalorien ist am Tag gesund, hast du 2000 Kalorien voll viel zu essen, als wenn du die ungesund ist. Er schreibt, hilft für eine gute Körperhaltung. Habe den Rückhalter gekauft, um bessere Körperhaltung zu kriegen. Die Verarbeitung ist anständig und tut, was es verspricht. Mit diesem Teil soll man also nicht mehr krumm laufen. Riecht auf jeden Fall schon sehr kraft nach China-Chemie. Haben auch viele in Rezensionen geschrieben, dass es extrem stinkt. Dieser Haltungstrainer bewirkt auf jeden Fall etwas. Man wird quasi permanent daran erinnert, gerade zu stehen oder zu sitzen mit dem Ding, weil es durchgehend spannt. Das Ding ist aber kein Heilmittel gegen eine krumme Haltung, sondern meiner Meinung nach lediglich eine gute Stütze für den Anfang. Ich habe mich auch, um ehrlich zu sein, nicht getraut, den ganzen Tag den Haltungstrainer zu tragen, weil es erstens immer noch kaum Studien darüber gibt. Und zweitens, Experten sich nicht wirklich einig sind, ob das wirklich was bringt. Dieser Orthopäde sagt zum Beispiel das hier. Es kann schon sein, dass mancher sich dort in eine Zwangshaltung geführt fühlt und dann ist es tatsächlich so, dass es zu muskulären Verspannungen kommen kann und dann treten Schmerzen auf und das ist eben nicht zielführend. Wiederum sagt er hier aus einer anderen Doku das. Ich halte das für ein sehr gutes Gadget, so will ich es mal nennen, die, wenn man präventiv etwas machen möchte, weil man Angst hat, in eine Fehlhaltung reinzukommen, das hilft. Sie können sicherlich nichts verkehren. Ich muss für meinen Teil sagen, der Haltungstrainer tut schon weh nach einer Zeit und nervt vor allem. Deswegen gehe ich lieber auf die alternative Methode und trainiere meinen Körper gezielt ohne Hilfsmittel für eine gesunde Haltung. Ey, dieses Teil habe ich so oft gesehen. Das soll krass sein. Es gibt auch so einen kleinen, so einen kleinen, so einen Topf mäßig, kann man auch im Bett benutzen. Boah, ja man, Alter, gut das getestet. 57 Euro, boah, ja, schon krasser Preis. Ich habe mich mehrmals verbrannt und der Erfolg war schrecklich. Außerdem hatte ich alles dreckig und musste dann sehr gut putzen, was viel Zeit verschwendet hat. Auch weil nur die inneren Ringe in die Spülmaschine gehen. Nach einer erfolgreichen Sportsession müssen wir natürlich auch was proteinreiches essen. Und deswegen habe ich hier einen Burger Maker für euch. Alter, dieses TikTok sah ja so clean aus. Wenn ich das genauso hinbekommen würde, dann wäre das krass. Wir haben es schon gesehen, der hat mehrere Stufen. Okay, hier kommt Brot, Käse und der Patty drauf. Dann kommt hier das Ei drauf. Okay, ich habe es glaube ich verstanden. Machen wir das Ding einfach an. Okay, es gibt keinen An- und Ausknopf. Das Ding ist jetzt einfach an anscheinend. So, ich merke schon, das Ding ist auf jeden Fall heiß. Das hier zuerst rein. Oh, scheiße, ich sehe schon. Ich hoffe, das passt alles. Äh, Käse war das. Zack, Patty drauf. Nächste Stufe. Bam, jetzt das Ei. Ei. Öl drauf. Ich habe hier auch Öl. Einfach random. Ei. Mie ist unnötig. Ja, sieht aber cool aus. Das ist hier so ein bisschen gerührt. Ihr seht schon, es ist immer noch flüssig. Wie lange dauert das jetzt? Keine Ahnung, steht da nicht. Oh nein, das Ding läuft aus. Oh Gott. Äh, ist ja gar nichts passiert. Hä, was habe ich denn falsch gemacht? Oh nein, oh nein, was ist das? Bye. Tot. Was ist das? Oh mein Gott, Alter. Oh, ich habe verkackt. Ich habe so elendig verkackt. Aber das Oben wird auch gar nicht so gescheit heiß, ne? Okay, next try. Come on. Oh, es wird langsam. Man muss einfach nur ein bisschen länger warten. Ich glaube, einfach noch ein bisschen warten. Dann passt das. Es sind ungefähr so zwölf Minuten vergangen. Oben sieht das doch schon mal ganz gut aus. Oh, es sieht sogar sehr gut aus. Okay, das sieht aber jetzt gut aus. What the fuck? Dann, zweite Reihe. Die Kuh lebt, glaube ich, viel... Ach du. Oh Gott, sieht das räudig aus. Oh mein Gott, sieht das räudig aus. Ich habe Gänsehaut am Rücken. Oh, Gänsehaut. Das Fleisch sieht aus wie eine menschliche Simulation, Alter. Oh, der Käse ist komplett geschmolzen. Oh nein, ich will gar nicht wissen, wie es mit dem Brot aussieht. Aber da sieht man das schon. Es braucht einfach da oben viel zu lange. Und so lange schmilzt halt der Käse komplett weg. Bitte, bitte, bitte. Funktioniere. Okay, ich muss gucken, ob es funktioniert. Jetzt sollte es eigentlich klappen, wenn ich alles hochmache. Warte. Okay. Brot ist tot, Alter, da unten. Brot ist echt tot, ne? Oh mein Gott. Ist einfach mitgeschmolzen. Es existiert einfach nicht mal mehr, das Brot. Und ihr seht, was das hier für eine Sauerei verursacht. Das schmeckt zwar alles richtig geil jetzt, das weiß ich, aber übelste Sauerei. Und ich bin euch ehrlich, von einem 57-Euro-Burger-Maker erwartet man nicht, dass man alles maßsteinern muss. Das hat halt so ein bisschen abgestanden und ich habe das halt reingequetscht. Und das funktioniert so anscheinend nicht. So sieht der Burger aus. Es ist quasi ein halber Burger. Das Ei-Bolo ganz gut eigentlich. Eigentlich finde ich schon, dass das eine coole Idee ist. Aber leider ist der einfach zu klein. Den könnte man auch ruhig größer machen können. Dann wären diese Probleme wahrscheinlich gar nicht auf. Oh, eine Katastrophe. Und was redet man da noch gut, Junge? 60 Euro Müll geschmissen. Auf mit Hauch. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass nicht alles dieselbe Größe hat. Deswegen muss man das ja auch so schneiden. Dann würde es vielleicht ganz gut funktionieren. Käse, das Geschmack ist eigentlich komplett verkackt. Komplett verkackt. Da war mir ein knuspriger Boden. Und der Patty ist halt nicht so geil angebraten. Der wird auch nie gut angebraten sein bei diesem Ding. Und das alles hat jetzt so 15 Minuten gedauert. Ich glaube, für 60 Euro kriegt man mittlerweile schon so einen Tefal, wenn es hart auf hart kommt. Lieber da machen. So einen Multifunktionsgrill. Ja, hier so. Ich habe mir einen Tefal gekauft, Bruder, seitdem. Oh mein Gott. So ein Opti-Grill. Ich bin ein stolzer Opti-Griller mittlerweile. Ich hole sogar Maiskolben und so. Ich mache auf Opti-Grill. Fleisch und so. Fehlen kann ich auf gar keinen Fall. In der Zeit hätte ich von selbst richtig geiles Smashburger machen können. Und ich muss das jetzt sowieso hier auch aufräumen. Das kann ein Teil ganz wegschmeißen. Jetzt bekomme ich aber Durst. Und ich muss noch meinen Proteinbedarf decken. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich benutze ihn mehrmals pro Woche für Eiweißshakes. Ist ruckzuck gemixt und keine Klümpchen beim Trinken. Ich habe ein großes Problem. Nämlich kenne ich bis heute keine guten Shaker. Junge. Wenn du keine guten Shaker kennst, mein Bruder. Ich kann dir doch helfen, ja. Mann, 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 Mann. Wie kann man denn keine guten Shaker kennen? Ja, ne bitte, mein Bruder. Ausrufezeichen Proses in den Chat. Wie kann man keine guten Shaker kennen, Bro? Guck mal, Ausrufezeichen Proses in den Chat. Weiter geht's. Und du machst das Teil auf, Alter. Ganz locker hier. Guck mal, hast du multifunktionsmäßige Gitter hier. Ausrufezeichen Proses. Den Code Onujan könnt ihr sparen. Ganz locker, Morrock. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich noch so anstellen. Wo ist mein Pulver? Wo ist mein Pulver, Morrock? Junge, Ausrufezeichen Proses, ja. Was ist denn los bei den Leuten? Machst du auf. Guck mal, hier ist der Shaker. Ganz einfach. Och. Ach, super. Nimmst du den Scoop, Bruder? Machst du den einfach ganz locker ein. Machen wir mal hier einen lockeren. Bruder, 10 Euro, Bruder. Brauchst du nicht irgendwelche Scam-Werbung? Einen Scoop. Ich mache mir einen zweiten. Ich mache mir einen zweiten, Bruder. Einen lockeren. Hier, packst du hier rein. Öff. Chat, bitte. Das war's schon, Morro Cup. Die gesehen, was passiert ist, Alter. Mindestens immer einmal passiert, dass mein Shaker irgendwie ausläuft. Meiner nicht. Wenn ich ihn gründlich zugemache, keiner weiß warum. Ich trinke jeden Tag Proteinshakes oder möchte auch nur einen Smoothie machen. Deswegen ist das schon wichtig, dass man einen guten Shaker hat. Und oft gibt es auch das Problem, nur vom bloßen Schütteln löst sich leider manchmal dieses ISO-Designer-Way-Potein oder ISO-Clear nicht gescheit auf. Ja, aber meine Prose schon. Ihr habt es gerade gesehen, Alter. Wie lange habe ich geschüttelt? Bruder, ich habe sogar vergessen, das Teil reinzutun. So krass. Jungs, der Shaker des Jahres. Ich habe auch nicht vergessen, das Teil reinzutun. Eigentlich filtert das alles. Morro, Alter. Und da bilden sich halt so Klumpen. Und deswegen ist das, ist so ein Ding eigentlich richtig praktisch. Dann würde ich sagen, ich möchte jetzt mal einen Proteinshake machen. Dann noch ein paar Erdbeeren rein. Bam. Oh, Proteinshake mir ab hier und Pancake mir ab hier. Und woher kommen die Erdbeeren jetzt? Jo, Freunde, was geht's? Ich mache mir jetzt Proteinshake. Proteinpulver und dann aus dem Nichts. Jetzt kommt noch eine Mango rein mit Kern. Jetzt natürlich das Designer-Way. Bam. Und jetzt einfach draufdrücken. Ja, die Klumpen kommen wegen dem Way. Bei Pros wäre das nicht passiert. Ausrufezeichen Pros in den Chat. Okay, sind noch ein paar Erdbeerstückchen drin. Mhm. Also, aber habe ich mir gedacht, weil diese Klingel jetzt auch nicht so scharf ist, ich glaube mal, für so heftige Smoothies geht das jetzt nicht. Aber alles vom Proteinpulver wurde auf jeden Fall aufgelöst. Also so für Everyday-Use, nur für Proteinshakes. Oder halt so ganz, ganz kleine Sachen. Ist das schon sehr gut, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt nur so ein Kurzzeittest. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Aber ich werde das auf jeden Fall weiterhin benutzen, weil es scheint auch sehr dicht zu sein. Natürlich ein bisschen schade, dass man keine richtigen Smoothies damit machen kann. Bei dem Preis würde man das vielleicht schon ein bisschen erwarten. Was ist denn der Preis? Preis gar nicht gesehen. Was kostet denn das Teil? 23 Euro? Tschüch, Digga. 23 Euro, damit ein Teil dein Ding dreht. Das ist voll sinnlos, Junge. Alter, 9,99 Euro. Hier, egal wie du willst. Hier, sogar richtige Hydra-Flasche für 20 Euro. Hier, passen. Ah, 2 Liter rein. Hier, sogar mit Mixer. 20 Euro. Junge, Alter. Auskunftzeichen Pro ist das Boss. Code Ono John. Mein Gott. Brauchen wir das Geld sparen. Ich möchte jetzt nicht das einfach draufdrücken. Also, aber habe ich mir gedacht. Was reimt sich auf Mixer? Mit Ausrufezeichen Pro spart dir noch mal ein bisschen, ihr W***er. Das reimt sich. Weil diese Klingel jetzt auch nicht so scharf ist. Ich glaube mal, für so heftige Smoothies geht das jetzt nicht. Aber alles vom Proteinpulver wurde auf jeden Fall aufgelöst. Also, so für Everyday-Use, nur für Protein-Shakes oder halt so ganz, ganz kleine Sachen. Ist das schon sehr gut auf jeden Fall. Also, das ist jetzt nur so ein Kurzzeittest. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Aber ich werde das auf jeden Fall weiterhin benutzen, weil es scheint auch sehr dicht zu sein. Natürlich ein bisschen schade, dass man keine richtigen Smoothies damit machen kann. Bei dem Preis würde man das vielleicht schon ein bisschen erwarten. Deswegen ist ein okay Produkt. Werde ich aber trotzdem weiterhin benutzen für kleinere Dinge. 3 Uhr morgens ist es natürlich fleißig am Schnitt und habe natürlich das Auto vergessen. An der Stelle natürlich Code ZELTX15 für die beste LED-Smart-Beleuchtung von Xiaomi. Natürlich auch andere Smart Home-Produkte. Checkt die auf jeden Fall ab. Vielen Dank. Ja, nice, Digga. Sehr cooles Video. Dieses Video hat mir wirklich Spaß gemacht, sage ich euch ehrlich. Das war cool, so zu gucken, bisschen über die Produkte zu reden und eventuell sogar irgendwann selber mal so Sachen zu bestellen und im Stream zu machen. Ja, hat mir gefallen. Double News für ZELTX. Lasst einen Daumen nach oben da. Damit war es das mit dem Video. Ciao. Schwarze Orchideen oder Mappi-Key. Wir können weg der Bitch. Es begrenzte Rarität.